Moin und schön, dass du da bist. Mein Name ist Lars und in diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du Jahreswerte mittels Power Query prozentual auf Monate herunterbrichst. Schauen wir es uns gemeinsam an. Ich habe wie immer ein kleines Beispiel in Excel vorbereitet und das, was ich tun möchte, ist, ich möchte diese eine Million Euro, diesen Jahreswert, auf Basis dieser Verteilungstabelle hier unten prozentual auf Monate verteilen. Das heißt, das Endergebnis, das ich erzielen möchte, ist, wie hier auf der rechten Seite zu sehen, dass sich die eine Million Euro über diese zwölf Monate erstreckt, über diese zwölf Monate verteilt wird, so wie es in der linken Tabelle hier definiert ist und schlussendlich natürlich wieder in Summe die eine Million Euro rauskommt, weil wir wollen auf dem Weg keinen Euro verlieren. Schauen wir uns gemeinsam an, wie zumindest ich das lösen würde. Zunächst benötige ich natürlich beide blaue Tabellen in meiner Power Query Umgebung. Das bedeutet, ich klicke zunächst einmal in die Jahreswert-Tabelle hinein und gehe oben über Daten- und Aus-Tabelle-Bereich, um diese Tabelle meiner Power Query Umgebung hinzuzufügen. Wie du siehst, habe ich jetzt hier links am Rand die TBL-Jahreswert. Das war auch der Name der intelligenten Tabelle in Excel, der nun auch der Name meiner Abfrage ist. Und hier siehst du die Spalte Jahreswert mit dem Wert eine Million. Ich gehe hier jetzt einmal raus und mache genau das, was ich eben mit der Jahreswert-Tabelle gemacht habe, auch mit dieser Tabelle für die prozentuale Verteilung. Das heißt, ich klicke hier in irgendeine Zelle dieser Tabelle und gehe oben wieder auf Daten- und Aus-Tabelle-Bereich. Und somit landet auch diese Verteilungstabelle in Power Query. Um das Ganze etwas anschaulicher zu machen, gehe ich hier oben nochmal in die Datentypen-Definition der Spalte Verteilung, damit aus diesen Dezimalzahlen Prozentwerte werden. Das hat keinen funktionalen Einfluss, aber ich kann dann besser sehen, welche Prozente da tatsächlich sind. Und ich wechsle zurück in die TBL-Jahreswerte, da wo der Jahreswert drinsteht, den ich zu verteilen gedenke. So, was ich nun tun möchte, ist, ich möchte meine Verteilungsschlüssel zu diesem Jahreswert hinzufügen, um dann schlussendlich auch die Werte verteilen zu können. Und dafür gehe ich oben auf Spalte hinzufügen und auf Benutzerdefinierte Spalte. Den Namen kann ich so stehen lassen, wie er ist. Das ist eh nur eine Hilfsspalte. Und ich hole mir die Verteilungstabelle aus der Abfrage TBL-Monatsverteilung hier hinein. Indem ich einfach hinter dem Ist-Gleichzeichen tippe, TBL-M, TBL-Monatsverteilung, IntelliSense, zeigt mir jetzt schon, dass diese Abfrage zur Verfügung steht. Ich kann mit der Tabulator-Taste bestätigen und jetzt mit OK ebenfalls bestätigen. Das, was ich jetzt erhalte, ist eine weitere Spalte innerhalb meiner Tabelle mit einem Tabellenobjekt. Das heißt, das hier ist kein skalarer Wert wie ABC oder 123, sondern das hier ist eine Struktur in Power Query, die Daten eben strukturiert vorhalten kann. Und wenn ich auf dieses Objekt raufhovere, dann siehst du, wird die Maus zu diesem Finger. Und wenn ich rechts daneben gehe und der Finger zum Pfeil wird, dann kann ich in diese Zelle klicken und sehe unten die Vorschau. Und wie zu erwarten war, ist diese Tabelle exakt die Tabelle, die sich in TBL-Monatsverteilung befindet. So, nun fällt dir vielleicht auf, dass in den Headern dieser beiden Spalten sich unterschiedliche Symbole befinden, neben den Spaltenüberschriften. In der Spalte Jahreswert, da wo die 1 Million Euro stehen, da habe ich hier oben dieses klassische Icon, wie man es auch aus Excel vom Filtern her kennt. In der neu erzeugten Hilfsspalte, in der sich das Tabellenobjekt befindet, finden wir ein anderes Symbol, nämlich diesen Pfeil, der im rechten Winkel einmal nach links und einmal nach rechts weg geht, der Expandieren-Pfeil. Und wenn ich auf diesen Pfeil klicke, dann werden mir folgende Optionen angeboten. Ich kann hier oben definieren, welche Spalten der Tabelle, die sich ja in dieser Spalte befindet, ich entpacken will, expandieren möchte und ob ich, wie hier voreingestellt, den ursprünglichen Spaltennamen als Präfix der neuen Spalte verwenden möchte. Diese Option nutze ich in den allerseltensten Fällen. Den Haken hier nehme ich gleich raus. So, jetzt verschwindet das wieder, genau. Aber ich möchte die Spalten Monat und Verteilung expandieren. Das heißt, ich bestätige jetzt mit OK. Und wie du sehen kannst, hat sich jetzt diese Tabelle hier entpackt. Ich habe jetzt hier alle Monate drin, von Januar bis Dezember mit den entsprechenden Prozentsätzen. Aber ich habe hier vorne jetzt die 1 Million Euro eben zwölfmal, da die neu hinzugefügte und expandierte Tabelle eben auch zwölf Datensätze hat. So, wie komme ich jetzt an meinen verteilten Jahreswert? Das kann ich mir einfach machen. Ich markiere die Spalte Jahreswert, drücke jetzt die Steuerungstaste unten links auf deiner Tastatur und markiere auch die Spalte Verteilung. Und kann jetzt hier oben über Spalte hinzufügen, Auszahl, Standard und Multiplizieren die neue Spalte mit den verteilten Werten hinzufügen. Die benenne ich zunächst einmal um, damit wir auch wissen, was das ist. Verteilte Werte. Und ich kann jetzt sowohl den Jahreswert, der ja an der Stelle nicht mehr benötigt wird, als auch die prozentuale Verteilung unter Zuhilfenahme der Steuerungstaste gleichzeitig markieren und mit der rechten Maustaste eben auch entfernen. Und dann betreibe ich noch ein wenig Kosmetik und wandle den Monat eben auch in einen Text um und habe damit meine verteilten Werte. So, um das Ganze zu überprüfen, kann ich das jetzt auch nochmal in Excel hinzufügen. Ich sage jetzt einmal Laden und kann jetzt hier rechts am Rand meiner Abfrage TBL Jahreswerte per Rechtsklick sagen, dass ich das laden möchte, über Laden in. Und sage, es soll eine Tabelle sein und diese Tabelle soll im bestehenden Arbeitsblatt hier neben meiner Ausgangstabelle landen. Und dann können wir gleich überprüfen, gleich nachdem ich das einigermaßen formatiert habe, ob hier das bei rauskommt, was wir wollen. Und ja, Tabelle, Ergebniszeile. So, wir kommen exakt auf das Ergebnis, das ich hier links schon als Ziel angegeben hatte. Das ist ein relativ simples Beispiel dafür, wie man Werte verteilen kann. Es geht im Power Query eben etwas anders, als man es aus der Excel-Welt kennt. Aber wenn man weiß, wie, nämlich indem man auf Tabellenobjekte aus anderen Abfragen referenziert, geht es, glaube ich, kann ich behaupten, relativ einfach. Es muss natürlich nicht immer ein Jahreswert sein, der verteilt wird. Ich kann auch irgendwie Budgetwerte über verschiedene Produkte verteilen und dergleichen mehr. Aber diese Art und Weise macht es eben sehr, sehr einfach, eine solche Verteilung vorzunehmen. Ich werde im nächsten Beitrag, im nächsten Video ein etwas komplexeres Beispiel zeigen, wo wir nämlich zu Beginn die prozentuale Verteilung aus den Ist-Werten des Vorjahres ermitteln, anstatt es hier vorzugeben, wie wir es über die Tabelle hier gemacht haben. Aber das ist, wie gesagt, das, was wir im nächsten Video machen werden. Ich hoffe, das Ganze hilft dir in deiner täglichen Arbeit. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht, zuzuschauen. Und ich sage danke für deine Zeit. Tschüss und bis bald.